Zu einer etwas anderen Musikrichtung kommen wir jetzt und zwar der Drum'n'Bass Musik. Die Future Music Net verleiht auch in diesem Jahr wieder einen Award. Der heißt Future Music Net Award 2004 und das ist eine Website, die dazugehört, die möchte ich euch kurz vorstellen. Denn jeder, der abstimmt, kann etwas gewinnen. Tatsächlich, so sieht es ja aus, die Seite. Hier gibt es jede Menge Sponsoren und hier vier Links. Das sind eigentlich die wichtigsten Links überhaupt. Hier erstmal ein paar Informationen, worum es geht. Die ganze Geschichte richtet sich tatsächlich an die Drum'n'Bass Szene hier in Deutschland. Es gibt natürlich auch eine Menge zu gewinnen. Zum Beispiel ein Turntable, sprich Plattenspieler, mit dem ihr selbst zum DJ werden könnt. Dann jede Menge Tapes, ein Basswerk fürs Auto vielleicht auch und Bombastic Store Pads, sehe ich hier, Parts Under Packs. Also alles für Leute, die selbst Musik machen oder selbst diese Musikrichtung hören, sei es im Auto oder zu Hause oder sonst wo. Es sind schon ein paar fette Preise dabei. Alles, was ihr machen müsst, um an der Verlustung teilzunehmen, ist hier an dieser Abstimmung mitzuwirken. Ich gebe einfach mal meine Adresse ein, danielgiger.de, schwuppdiwupp. Und jetzt wird mir eine E-Mail geschickt mit einem Link, der mich zur Abstimmungsseite führt. Das Ganze ist deswegen so, damit man halt nur einmal abstimmen kann. Und hier werden die Gewinner bekannt gegeben im Januar 2005. Tolle Sache. Ich finde, man sollte das unterstützen. Das ganze Projekt finanziert sich halt wirklich nur durch die Sponsoren, die ihr hier recht sehen könnt. Und ist ein großer Beitrag für die John-Bass-Szene hier in Deutschland. Den Artikel mit dem Link findet ihr bei uns auf giga.de bei Stars. Da unten gibt es auch einen Comment-Button, da könnt ihr darüber diskutieren und so weiter. Hardstep schreibt dazu zumindest schon mal Big Up. Erstmal finde ich es richtig fett, dass ihr über die Future Music Awards berichtet. Big Up dafür an die Stars-Redaktion, die aus mir besteht im Moment, weil alle anderen frei haben. Alle anderen ist gut. Die andere, aus der die Stars-Redaktion besteht, hatte heute frei. Future Music Net ist wohl das renommierteste. E-Szene für Jungle & Drum, Bass in Deutschland. Und der Award für das beste Jungle-Forum in Deutschland steht wohl schon fest. Jungle ist auf jeden Fall meine Musik, meine Droge, mein Leben, mein Alles. Mein Blog hast du noch vergessen. Es gibt nichts, was mich mehr kickt an Musik. Und Jungle-Partys sind definitiv die besten Partys von allen. Mein Favorite-DJ-International ist auf jeden Fall immer noch Brocky, bester Newcomer, Pendulum, DJ National, MTC Joe. Und er schreibt weiter, naja, ich hab mich gefreut über den Artikel. Jungle is massive. Check auch unbedingt die UK Awards unter. Und da hat er hier noch einen Link geschrieben, den ihr euch gerne angucken könnt, wenn ihr euch dafür interessiert. Und jetzt gucken wir uns ein Video an. Und zwar... Ach ja, genau, die Beginner...